Einen wunderschönen guten Abend Ihnen zu Hause an den Bildschirmen und herzlich willkommen liebe Gäste hier in der Friedrich-Ebert-Halle zu Hamburg-Harburg. Und Ihren freundlichen Begrüßungsapplaus gleich weitergereicht an unsere drei Ehrengäste, die wir heute wie immer bei der Sendung stellvertretend für Sie hierher gebeten haben, damit Sie die schwierige Weihnachtsnuss knacken sollen, um im Bild der letzten fünf Tage vor dem Fest zu bleiben, um die Frage zu beantworten, wer war der Täter, nicht nur zu erraten, sondern kriminalistisch zu ermitteln, dem Täter auf die Spur zu kommen. Fräulein, bitte schreiben Sie zum Protokoll die Namen, der Name, ein Begriff, Lieselotte Pulver. Ich bin ganz ruhig, denn ich rate den Täter auf keinen Fall. Davon sind Sie überzeugt, ich bin es keineswegs. Lieselotte Pulver, haben Sie irgendeine Beziehung zum Krimi, die Sie so sicher macht, dass Sie auf die falsche Spur geraten? Ich muss immer jemanden mitnehmen, der mir den Film hinterher erklärt. Und das ist im Zweifelsfalle, Helmut Schmid, Ihr Gattel. Und der ist nicht dabei, aber dabei sind zwei Herren, Könige jeder in seinem Reich, der König der Evergreens, Peter Kreuder. Peter Kreuder, im Leben geht alles vorüber. Das war der Titel eines Ihrer ganz großen Erfolge. Aber wenn es als Prognose für Ihre Beteiligung hier im Rateteam gedacht war, dann bin ich der Meinung, Sie sehen zu schwarz. Vielleicht beginnt heute Abend Ihre große zweite Karriere als Amateurdetektiv. Wie viele Schlager waren es, die Sie uns geschenkt haben? Unendlich viele, glaube ich, waren es. Können wir uns auf eine Zahl einigen? Na ja, so um die 1500 werden es gewesen sein. 1500 Schlager, 1500 Erfolge. Ganz so viele Täter gilt es heute ja nicht zu ermitteln. Wir brauchen nur einen oder ein Nee. Und dabei wird Ihnen hilfreich zur Seite stehen, als Dritter im Bunde, ein Mann, der hinter den Kulissen der internationalen Rennpisten zu Hause ist, der dort die Weichen stellt, der an den Schnüren zieht, der deutsche Vertreter in der internationalen Automobilsportkommission, Huschke von Hanstein. Jürgen Roland, mir ist wirklich so ein bisschen zumute wie früher vom Start eines großen Rennens. Da waren ja natürlich die Gegner nervös und man selber musste auch plötzlich ganz unvermittelt und ohne jeden Grund ein stilles Örtchen mal aufsuchen vor dem Start. Heute ist es ja nicht so schlimm. Und heute habe ich ja eine so charmante Gegnerin, wie ich sie in vielen Jahren niemals gehabt habe. Und liebe Frau, da wären wir es schon irgendwie schaffen. Partnerin. Es ist interessant, dass ein so erfahrener Sportsmann schon gar nicht mehr an den Partner denkt, sondern in jedem Partner den Gegner sieht. Hier ist es wirklich eine Partnerin und ein zweiter Partner. Und Sie drei sind ein Team, um in Ihrer Sportsprache zu reden. Sie drei sitzen in einem Boot in diesem Falle nicht, sondern in einem Wagen und sollen über diesen schwierigen Parcours gehen. Und ich glaube, die Stimmung hier im Kommissariat ist gut. Sie ist gespannt. Wie ist sie bei Ihnen zu Hause? Ich glaube, wir sollten anfangen, indem wir Paris rufen, unsere beiden Kommissare bitten und uns wieder melden aus der Redaktion des Echo Parisien. Musik Marcel, ich muss jetzt prägen. Die zweite Ausgabe muss raus. Lässt dir sich wieder Zeit heute. Warte noch einen Augenblick. Tolles Rob nachsehen. Ja? Was? Das ist doch nicht wahr. Natürlich, sofort. Ich würde zuerst den Chef anrufen. Na, wenn er in der Oper war, muss er eigentlich schon wieder da sein. Ja, das ist das Beste. Das ist ja ein tolles. Was ist denn los da oben? Fontaine. Er hat sich erschossen. Das ist ja ein tolles. Dienstag, 1.35 Uhr. Frischer Morgen sozusagen. Und das unterscheidet ihn auch von mir. Ich bin hundemüde. In einer halben Stunde hat mich unser Chef aus der Falle geklingelt. Ein Toter in den Räumen des Echo Parisien. Herr Inspektor, geht's wieder die ganze Nacht durch? Lass dich überraschen. Ich bin selber neugierig. Monsieur Philippe Marcel, Herausgeber und Chefredakteur des Echo, hatte höchst selber unseren Chef informiert. Herr Nahe, was denn, Kommissar? Hören Sie mal, ich hatte überstanden, dass ich Ihren Chef selber her bemühen würde. Das müssen Sie dann falsch verstanden haben. Unsere Chefs liegen in dieser Zeit meist in Ihrem Bett. Also schickt man den, der gerade kann. Und das sind meistens wir. Ja, das sind eigentlich immer wir, nicht wahr, Chef? Inspektor Jeannot. Aber machen Sie sich deswegen keine Sorgen, Monsieur. Es muss wohl an unserem Beruf liegen, dass der Empfang, den man uns bereitet, im Allgemeinen etwas frustig ist. Sie müssen verstehen, meine Herren, die Angelegenheit ist äußerst... Delikat! Ja, das ist sie meistens. Nicht anfassen! Wir brauchen die Fingerabdrücke. Er hat die Pistole noch in der Hand? Hier ist die Hülse. 7,65. Tja, auf dem ersten Blick ein klarer Fall von Selbstmord. Selbstmord? Ach, das ist ja fürchterlich. Ich finde es eigentlich immer fürchterlich, wenn ein Mensch von einer Minute auf die andere... Aber verstehen Sie doch, meine Herren, in einer Zeitung kann der Selbstmord eines Redakteurs der Konkurrenz Anlass zu den böswilligsten Auslegungen geben. Besonders, wenn der Redakteur der Schwiegersohn vom Chef ist. Ach, hätten Sie es lieber als Mord? Ich bitte Sie. Aber es wäre für alle Beteiligten wirklich besser. Wenn die Untersuchung auf einen Unfall hinausliefe. Einen Unfall? Immerhin. Das hat es doch schon hundertmal gegeben. Jemand reinigt seine Pistole. Eine Kugel steckt noch im Lauf. Ein Schuss geht los. Und hat Ihr Schwiegersohn seine Schusswaffe oft gereinigt? Das weiß ich nicht. Wusste ja nicht mal, dass er eine Pistole besagt. Und Sie können sich nicht erklären, warum er sich erschossen hat. Na, absolut nicht. Selbstmord stand im krassen Gegensatz zu seiner moralischen Überzeugung. Ja, bitte, aber er hat es doch getan. Na, natürlich. Das heißt, vielleicht, ja. Haben Sie ein Wasser da? Ja, selbstverständlich. Es kommt doch immer ganz drauf an, wie man die Dinger darstellt. Übrigens, wer hat denn den Toten als Erster entdeckt? Paul Schumann, unser Umbruchredakteur. Schumann? Um welche Zeit? Um 0 oder 20. Und war die Anwesenheit von Monsieur Fontaine in der Redaktion um diese Zeit üblich? Er war Chef vom Dienst. Das ist bei jeder Zeitung anders. In meinem Haus verlässt der letzte Redakteur gegen halb elf die Redaktion. Monsieur Fontaine, ich meine, mein Schwiegersohn war sehr ehrgeizig. Er wollte unbedingt jede Seite selber sehen, bevor sie in den Park ging. Das heißt, er war seit halb elf auf dieser Etage alleine hier. Chef, können Sie mal mal mit rüberkommen? Bitte entschuldigen Sie, ich glaube, unsere Leute sind da. Ja, aber ich wollte doch mit Ihnen extra. Schauen Sie sich das mal an. Was ist denn? Was ist denn? Na, schauen Sie mal. Eine Kugel? Ja, blitzen Sie schon. Genau gegenüber vom Schreibtisch. Das ist doch gar nicht möglich. Er kann doch nicht in die Wand geschossen haben, bevor... Ich habe die Pistole genau untersucht. Es fehlen zwei Kugeln im Magazin. Aber Sie haben nur eine Hülse gefunden. Oh, die andere kann nicht weit sein. Ah, voilà. Da ist sie. Markierung, bitte. Was haben Sie denn? Augenblick, bitte. Haben Sie schon mal gesehen, dass man eine 9mm-Patrone aus einer 7,65er verfeuern kann? Was? Komisch. Ja, was soll das bedeuten? Dass es uns sehr schwerfällt, an einen Unfall zu glauben. Und noch weniger an einen Selbstmord. Ich verstehe nicht. Es war ganz einfach. Es war Mord. Was ist Mord? Auf alle Fälle werde ich eine Obduktion beantragen. Deniz! Warum hat er das getan? Warum hat er das getan? Hallo, Janot. Hübsch hast du es hier. Und sehr geräumig. Sie wünschen? Was kennst du mich nicht wieder? Sehr aufdringlich. Vor drei Jahren. Ich hatte die Kriminalspalte im Signal. Ah ja, natürlich. Jetzt erinnere ich mich. Hallo, Janot. Na, was ist noch immer nicht Kommissar? Nein, nein. Und bei dir? Immer noch überfahrene Katzen und Hunde? Lokalredaktion, bitte. Entschuldige. Übrigens. Ich habe übrigens den Chef gewechselt. Für wen arbeitest du jetzt? Für denselben wie du. Was heißt das? Für Marcel. Ach, du bist bei... Beim Echo, genau. Und wenn es je eine Story gab, die ich mir nicht entgehen lassen darf, dann ist es die. Also, kann ich mit dir rechnen? Du verpasst mir die Tipps aus erster Hand. Ist es nicht besser, du erzählst mir erst mal was? Ach so. Eine Hand wäscht die andere. Okay. Ich sage dir was, du sagst mir was. Einverstanden? Gut. Schieß los. Wieso ich? Ja, genau du. Ich muss doch erst mal sehen, ob sich das Geschäft überhaupt lohnt. Okay. Fontaine. Der Tote? Ja. Er sollte gerade zum Chefredakteur gefördert werden. Ach. Der Alte will nur noch Verleger sein. Er wollte sich aus der Redaktion zurückziehen, Ende des Monats. Und das passte wohl einigen Herrschaften nicht, oder? Wir haben alle gedacht. Aber jetzt bist du dran. Die Kugel, die man in der Wand gefunden hat, stammt aus der 765er, die das Opfer in der Hand hielt. Ich weiß. Umso besser. Mehr kann ich dir auch nicht sagen. Immer im Dienst, Chef. Also die Leichenöffnung. Würden Sie Ihre Lautstärke bitte so einrichten, dass sie dem Paragrafen 1 der Straßenverkehrsordnung gerecht wird? Nein. Also, es war eine 9mm-Kugel, die man ihm herausgeholt hat. Sofortiger Tod natürlich. Und der Zeitpunkt des Todes? Die Autopsie ist noch nicht beendet. Ja, woher wissen Sie denn, dass... Der Gerichtsarzt hat mich sofort angerufen, dass er die Kugel draußen hat. Ist ja alles klar. Wir können einsteigen. Ich meine, wir müssen gleich aussteigen. Alles klar? Nicht mal so viel ist klar. Entschuldigen Sie, darf ich mir meinen Platz zum Lieb? Bitte schön, komm. Aber Sano, da gibt es doch gar keine Fragen mehr. Montaigne schießt auf seine Angreifung von Frieden. Er schießt zurück mit einer 9mm und tötet ihn. Sie vergessen nur eins, dass in dem Magazin der 765er 2 Schüsse fehlen. Woher wissen Sie denn, dass das Magazin voll war? Pardon, aber wer sagt Ihnen, dass es nicht voll war? In diesem Fall hätte Fontaine zwei Schüsse abgegeben. Aber da man die zweite Kugel weder in der Wand noch sonst irgendwo gefunden hat, sitzt sie dem Mörder logischerweise im Bett. Aber lieber Sano, wenn Fontaine zwei Schüsse aus einer 765er verfeuert, dann müssen noch zwei 765er Hülsen da. Da haben wir aber noch eine gefunden. Es ist Ihnen bekannt, dass ein Angeschossener meistens blut ist, also hätte er Spuren hinterlassen müssen, wenn schon nicht im Zimmer dann auf der Treppe. Und wer sagt Ihnen, der sagt keine hinterlassen, um es vorsichtig auszudrücken. Wir haben unsere Aufmerksamkeit beim ersten Angriff an den Dingen zugewendet. Werden wir da schleunigst nachholen. Und das hier ist doch Ferntreiberraum. Jede Agentur hat ihren eigenen Ferntreiber. Agence France-Presse, UPI, EFIN. So, jetzt kennst du fast das ganze Haus los. Ja, du wirst es nicht für möglich halten, aber es ist nicht die erste Zeitung, welche in diesem Tag stattet. Sag mal, die Telefonzentrale, die wir eben gesehen haben, liegt doch an der Treppe. Müssen da alle Leute dran vorbei, wenn sie zur Redaktion rauffolgen? Ja, sicher. Es gibt keinen anderen Weg. Und ist sie immer besetzt? Bis Mitternacht. Gut. Dann will ich doch die junge Dame von der Telefonzentrale gleich mal interviewen, um es branchengerecht auszudrücken. Ist sie hübsch? Sie ist nicht hier. Ich meine, die Telefonistin, die wir es mir danach Dienst haben. Sie kommt erst um sechs. Aha, erst um sechs. Mehr kann ich nicht für dich tun. Doch, doch. Wenn du meinen Chef siehst, sag ihm bitte, ich lasse ihn nicht grüßen. Ich hätte es gerne noch einmal von Ihnen gehört. Wie kam es, als dass Sie den Mord entdeckten? Ganz einfach. Ich hatte mich gewundert, dass ich von Robert, ich meine von Fontaine, nichts hörte. Um Viertel nach zwölf hatte er den Seitenabzug noch nicht zurückgeschickt. Na ja, dann habe ich ihn angerufen. Und da er sich auch am Telefon nicht meldete, da bin ich raufgegangen, nachsehen und... Ja, ja, ich weiß. Aber sagen Sie, hatte niemand einen Schuss gehört? Ja, kein Mensch. Bei dem Lärm müssen Sie die Setzereien nebenan und die Rotationsmaschinen eine Etage tiefer. Sieht man Sie auch mal wieder? Ich verfolge Spur 998. Und außerdem habe ich Sie grüßen lassen. Hier, sehen Sie sich das mal an. Hier haben wir so Postkarten und Fotografien von den Kollegen aus dem Urlaub. Und hier ist ein Foto zerrissen. Da sehen Sie hier hinter dieser Heftzwecke ist ein Stückchen hängen geblieben. Da saßen die übrigen. Genau über der Stelle, wo die Kugel eingeschlagen ist. So. Und das weiß ich ganz genau. Also gestern Abend um 10 hing das Foto noch da. Was war denn das für eine Aufnahme? Von unserem Betriebsausflug vor ihrem Montag. Hier sind übrigens noch andere. Ist das der von 10? Ja. Ist ein merkwürdiger Gesichtsausdruck. Und daneben ist seine Frau? Mhm. Die Tochter vom Chef. Ja, ich meine von Monsieur Marcel. Na ja, ich weiß. Sagen Sie, wissen Sie denn auch, was auf dem Bild war, das verschwunden ist? Ja, ich glaube, da war Madame Fontaine drauf und einige Kollegen. Aber so genau kann ich das nicht sagen. Ich meine, ist das wichtig? Immerhin. Der Mörder glaubte, dass es ihn verraten könnte. Wer hat denn diese Aufnahmen gemacht? Na, unser Fotoreporter, Emil Castagné. Und schon ruf ich ihn an. Dem lieben Emil. Warum nimmst du denn nicht ab? Erstens haben meine Hände was für Frisch zu tun. Zweitens habe ich heute meinen freien Tag. Und drittens brauche ich ja nicht jeder gleich zu wissen, dass ich noch eine kleine Nebenbeschäftigung habe. Ach, Emil, ist er doch vernünftig. Du weißt doch, dass ich jetzt sowieso keinen Tag habe. Ach ja, dein Dienst beginnt um sechs. Alles, was ich will, ist doch nur ein kleiner Vorschuss. Vielleicht hat er heute seinen freien Tag. Das Wörtchen vielleicht gibt es bei der Krieg nicht. Ich werde selber nachsehen, Chef. Na, hör mal. Wenn du das seinen Vorschuss nennst, dann möchte ich nicht wissen, was du nach Feierabend mit mir vorhast. Wer ist denn da? Nicht aus! Entschuldigen Sie. Haben Sie nicht gesehen, dass Rotlicht ist? Nein. Und ich finde, dass ich für Ihren freien Tag auch viel zu laut sind. Verzeihung, meine Schuld. Ich habe es gar nicht angemacht. Ja, hoffentlich habe ich Ihre hübschen Bilder nicht versaut. Kriminalpolizei. Na, von dem, was ich hier verdiene, kann ich doch nicht leben. Und die Mädchen... Wollen Sie auch gar nicht anders. Denn erzählen Sie das. Und schließlich bin ich ja auch nicht von der Sitte. Was mich interessiert ist, ob Sie die Negative vom Betriebsausflug noch haben. Betriebsausflug? Mhm. Selbstverständlich. Würden Sie mir bitte mal zeigen? Oder noch besser, mir vielleicht einen Abzug davon machen? Kleinigkeit, sofort. Wenn Sie mich nicht bei meinem Chef in die Pfanne hauen, mache ich Ihnen Abzüge von allen Fotos. In jeder Größe. Vielleicht komme ich darauf zurück. Aber für heute genügen mir die Bilder vom Ausflug. Na nun? Was ist? Wo müssten Sie eigentlich sein? Ach, da sind Sie. Das ist ja unglaublich. Das ist unglaublich. Ich meine, ich meine, waren Sie da immer drin? Das sehen Sie, steht ja drauf, noch mit Datum. Und das da? Das sind andere Fotos. Wenn Sie weggehen, schließen Sie doch ab, oder? Ja. Und der Schlüssel? Den hänge ich auf, nebenan, in der Redaktion. Mit anderen Worten, der Dieb kann nur einer aus dem Haus sein. Und Sie haben nichts gesehen? Nein. Als was arbeiten Sie denn hier? Als Polizeireporter. Thüberner. Ja? Sie wollten meiner Tochter einige Fragen stellen, die es in meinem Büro. Sehr gut, danke. Aber ich möchte Sie dringend bitten, so schonend wie möglich vorzugehen. Denise war jetzt drei Jahre verheiratet und sie liebte ihren Mann. Versuchen Sie wenigstens diese peinlichen Fragen zu unterlassen, wie die Polizisten so gerne über das Eheleben stellen. Ich werde mich bemühen. Vielen Dank. Was kann ich für Sie tun, Kommissar? Sie wissen, wer ich bin, Madame. Dann werden Sie doch verstehen, dass ich einige Fragen an Sie richten muss. Ich bitte im Voraus um Entschuldigung. Denn schließlich, wer konnte besser als Sie beobachten, ob Ihr Mann, Monsieur Fontaine, und ja, unruhig oder nervös war in letzter Zeit. Nervös? Ja, fühlte er sich vielleicht bedroht? Nein, ich verstehe Sie nicht. Ja, und ich verstehe nicht, weshalb er eine Pistole bei sich trug. Ich nehme nicht an, dass er sie gewohnheitsmäßig bei sich hatte. Mein Mann hat niemals eine Pistole besessen. Ach. Nein. Niemals. So. Ja, da ist noch etwas. Am Montagabend, während des gemeinsamen Essens, gab es da einen Zwischenfall. Wie meinen Sie das? Hier sehen Sie, es ist, glaube ich, gegen Ende des Essens aufgenommen worden. Ja. Ja, sehen Sie, Ihr Mann scheint mehr als erstaunt, beinahe erschrocken zu sein, und Sie sehen ihn einigermaßen überrascht an. Ja, jetzt erinnere ich mich. Ein Mann war in den Saal getreten. Mein Mann sah erstaunt hoch, und ich fragte ihn, ob er ihn kenne. Er sagte Nein. Das war alles. Und wer war dieser Mann? Das weiß ich wirklich nicht. Ich habe ihn nicht so genau angesehen. Ja. Angesichts der kriminalistischen Meisterschaft, mit der Inspektor Janot, die Untersuchung führt, erhebt sich die Frage, wann endlich wird man sich höheren Ort entschließen, ihn zum Kommissar zu befördern. Schleswig ist er es, unterschreiben Sie, schleswig ist er es allein, dem es schon jetzt gelang, auf die entscheidenden Fragen die richtige Antwort zu finden. Und diese Frage konnte nur lauten, wo waren Sie gestern zwischen zehn und halb eins? Wie bitte? Ich brauche Ihr Alibi. Das soll wohl ein Witz sein, Herr Kommissar. Durchaus nicht. Für Witze ist mein Mitarbeiter zuständig. Aber auch der konnte mir bisher nicht sagen, wo Sie waren. Also bitte. Also Sie sind Monsieur... Le Grand. Didier Le Grand. Aber man nennt mich Ditti und ich will offen sagen, es geniert mich. Was geniert Sie? Ich war bei einer Dame und will nicht, dass irgend... Aber ich bitte Sie. Dafür habe gerade ich fäustes Verständnis. Ich frage mir den Namen der Dame, das genügt. Muss das wirklich sein? Ja, es muss. Also. Und die Adresse? Danke. Ich bin zwar sicher, dass das stimmt, aber wir werden das nachprüfen, selbst wenn Sie der Zwillingsbruder von Jeannot wären, was durchaus möglich ist. Danke. Apropos. Also, Sie haben doch Jeannot erzählt, dass Fontaine Chefredakteur werden sollte. Ja. Bitte. Marcel will sich zurückziehen. Er hat schon seinen ersten Herzinfarkt hinter sich und wollte Fontaine seinen Platz einräumen. Was verschiedenen Leuten nicht passte. Er hat ein bisschen zu schnell Karriere gemacht bei uns. So etwas schätzt man nicht besonders. Wer ist der Mann? Alle. Die ganze Redaktion. Außer Schumann vielleicht. Aber nicht einmal der. Immerhin war er doch der Einzige, der sich von Fontaines Ernennung etwas erhoffen konnte. Und warum? Fontaine hat ihn hierher in die Redaktion gebracht. Vorher war er Fahrer bei der Expedition. Das sind Karrieren, was, Kommissar? Jeannot? Wie weit sind Sie? Die Alibis. Die Alibis der Redakteure sind dicht. Nun, Monsieur Didier, Verzeihung, ich meine Didi, wird uns noch einiges zu erklären. Jeannot? Ja? Ich glaube, ich kann mich für Ihre Tipps revanchieren. Madame Tick wartet auf uns in der Revue 100 nackte Beinchen. Einen Augenblick bitte noch leite ich die Untersuchung trotz Ihrer freundlichen Zeilen über meinen Mitarbeiter. Also, wer ist Madame Tick und was sind das für 100 Beinchen? Madame Tick ist eine alte Schauspielerin, die den Tick hat, dass sie es noch nicht ist. Sie belatscht uns die ganze Zeit, dass wir ihr Porträt bringen, noch dazu mit einem Interview. Sie hat angerufen, wenn ich morgen Ihr Bild bringe, dann will sie Ihnen jetzt etwas erzählen. Ist das ein Geschäft? Na los, Janot. 100 nackte Beinchen warten auf Sie. Madame Tick, Besuch? Ja. Oh, passt auf, Kinder, jetzt komme ich ganz groß raus. Es ist endlich als Mensch und als Künstlerin gelungen. Das kommt darauf an, was Sie uns erzählen können. Oh, was für ein schöner Mensch. Da müsste man ein paar Takte jünger sein. Jetzt kann ich es Ihnen ja ganz offen sagen. Es ist nicht nur wegen des Interviews, dass ich täglich zwei, dreimal vorbeigeschaut habe. Ich bin auch, ich bin auch ein bisschen in Sie verliebt. Sehr schmeichelhaft, Madame. Aber was haben Sie denn gesehen? Gestern, Dienstag. Ich meine, es wird ja nur wirklich höchste Zeit, dass Sie mich groß rausbringen. Schließlich habe ich ja schon erste Rollen. Ja, ja, schon gut. Nein, nein, gar nicht gut. Gar nicht gut. Schließlich habe ich ja schon, wie ich Ihnen bereits gesagt habe, erste Rollen gespielt. Ich habe zufälligerweise meine Kritiken bei mir. Wenn Sie vielleicht... Sie wollten also zu mir in die Redaktion und... Ganz richtig, das wollte ich. Und wie ich dann vor der Zeitung stand, peng. Ja, ich kenne das Geräusch. Irrtum, ausgeschlossen. Wissen Sie, nämlich vom Krieg her, da war ich natürlich noch ganz klein, aber... Wie spät war es? Zwischen neun und zehn. Zwischen neun und zehn? Bin Sie sicher, dass... Na, morgens um neun bin ich doch nicht blau. Platz! Ah! Es war also morgens. Ja! Bedauerlicherweise war es abends, als er erschossen wurde. Meine Herren, das kann doch unmöglich mein Problem sein. Ich glaube nicht, dass mein Chef sehr froh sein wird über unser Ermittlungsergebnis. Komm, gehen wir. Bernard, Kommissar Bernard. Sie also haben angerufen? Ja. Und was kann ich für Sie tun? Ich meine, eigentlich haben wir noch gar nicht geöffnet. Also die Redakteure vom Echo, die haben doch hier ihr Stammlokal und die waren doch hier zu ihrem Betriebsausflug am letzten Montag. Ist Ihnen nun irgendjemand aufgefallen, den Sie nicht kennen? Ich meine, der nicht dazugehörte zu diesem Kreis. Na, die machen mir vielleicht Spaß. Ich hab hier ne Bowlingbar und keine private Detail. Vergessen Sie die Tischlöcher nicht. Ja, ja, sicher, aber es muss jemand hier gewesen sein, der... Tittich hat... Wie gesagt, nicht dazugehörte. Ein Mann. Ach ja, Moment. Ja, ja, da war so einer. Das Garnicht ist runtergekommen. Da hat er gewartet. Der hat sogar nach Fontaine gefragt. Und wer war das? Ein Kerl. Kein Pressepfutze jedenfalls. Ich hab ihn nie gesehen. Da auf der Treppe hat er gewartet. Und wie Fontaine gegangen ist, ist er ihm nachgegangen. Wie sah der aus? Nichts weiter. Bloß hat er so eine komische Brille mit einem undurchsichtigen Glas auf der einen Seite. Undurchsichtig? Ja, so ein Milchglas. Monsieur Legrand, ein Aufblick, bitte. Bitte sprechen Sie. Also, um Mitternacht lebte Monsieur Fontaine noch. Ja, bevor ich weggehe, melde ich mich immer in der Redaktion ab. Und dann hatte er mir noch einen guten Abend gewünscht. Als Sie weggingen, ist Ihnen da jemand auf der Treppe begegnet? Nein, auf der Treppe nicht. Aber ich habe einen richtigen Schreck bekommen. Und Personaleingang neben der Toreinfahrt stand ein Mann und wartete. Was für ein Mann. Ja, und? Ich habe Ihnen doch gesagt, ich habe einen Schreck bekommen. Und dann habe ich gesehen, wie er zum Kino rüberging. Um Mitternacht? Die haben da immer Nachtvorstellungen, Krimis und so. Sehr sinnig. Verzeihung. Ja, bitte? Monsieur Marcel. Ja. Ja, gut. Gut, Monsieur Marcel. Und wissen Sie, ob er allein war? Wie? Ich meine Monsieur Fontaine in der Redaktion, als Sie fortgegen. Ich weiß es doch nicht. Wenn jemand draufgegangen wäre, hätten Sie ihn doch gesehen, oder? Ja. Also war er allein? Ja. Ja. Ja oder nein? Ja. Mademoiselle, schauen Sie mir doch mal bitte in die Augen. Wer ist draufgegangen? Ein Meteor. Ein Meteor? Ja, Janu, der die letzte Seite umbricht. Fünf Minuten, bevor ich gegangen bin. Ehm, bitte, Monsieur Charny. Da drüben wir, dann allein und halb. Doch? Ja. Danke. Monsieur Charny. Ja. Kann ich Sie bitte mal sprechen? Augenblick. Sie können sich wohl denken, was wir hierher führen. Nein. Wenn meine Informationen richtig sind, waren Sie der Letzte, der Monsieur Fontaine lebend gesehen hat. Ich? Ja, Sie. Sie sind doch kurz vor Mitternacht hinaufgegangen, oder? Tja, aber er war nicht allein. Wieso? Seine Frau war bei ihm. Madame Fontaine, haben Sie sie gesehen? Nein, aber ich, ich habe sie gehört. Als sie an die Tür zur Redaktion kam, habe ich gehört, wie sie Krauch miteinander hatten. Na ja, und bin ich wieder gegangen. Also, Sie haben Monsieur Charny nicht wieder herunterkommen sehen? Nein. Und Sie sind wirklich nicht vor Mitternacht gegangen? Nein. Und Sie waren den ganzen Abend in der Zentrale? Ja. Sehr schön. Dann haben Sie logischerweise Madame Fontaine vorbeikommen sehen? Nein. Hören Sie, Mademoiselle, selbst bei einer so attraktiven jungen Dame, wie Sie es sind, hat meine Geduld Grenzen. Nein, nein, lassen Sie das jetzt. Ich muss doch... Die können warten. Ich warne Sie. Sie oder der Meteor lügen. Eine andere Lösung gibt es nicht. Sie haben Madame Fontaine also nicht gesehen. Sehr schön. Eigentlich passt mir das sehr gut. Und mit Ihrer Aussage habe ich jetzt genug Material zusammen. Es liegt alles klar auf der Hand. Nun, Monsieur Charny kann der Mörder sein. Ich will ihn festnehmen lassen. Und der Fall ist erledigt. Also gut. Ich danke Ihnen, Mademoiselle. Das ist alles. Und Sie haben mir wirklich nichts mehr zu sagen. Gut. Ich muss Ihnen etwas sagen. Ich nehme an, dass wird Kommissar Bader auch etwas sehen. Ja, kommen Sie doch. Ich weiß ja nichts. Ja, bitte. Sie werden entschuldigen, Monsieur Marcel, aber es handelt sich um den Nachwurf für Fontaine. Sie haben mir doch gesagt, er sei 1957 Redakteur beim Courier in Lyon gewesen. Ja, und? Ich verstehe das nicht. Ich habe eben in Lyon angerufen, um ein paar Anekdoten über ihn zu erfahren und... Und was? Ja, die behaupten, dort er hätte nie bei Ihnen gearbeitet. Ja, bitte. Kommen Sie doch rein, Mademoiselle. Kommen Sie, nur keine Angst. Ja, ist schon gut. Ich werde mich darum kümmern. Was soll das bedeuten? Ist es nötig, dass ich noch deutlicher werde? Mademoiselle, bitte gehen Sie unverzüglich wieder an Ihre Arbeit. Ja, Monsieur. Herr Kommissar, wenn irgendjemand daran interessiert ist, dass Licht in diese Affäre kommt, dann bin ich es. Aber zugleich werde ich mir diese üblen Polizei... Monsieur Marcel, ich will mir nie erlauben, Ihre Tricks zu beurteilen, aber Zeugenbeeinflussung ist kein Kavaliersdelikt. Versuchen Sie doch nicht, mich einzuschüchtern. Sie sollten wissen, dass ich das Gesetzbuch genauso gut kenne wie Sie. Und was diesen Auftritt meiner Telefonistin betrifft, wenn ich darum gebeten habe, dass man Ihnen nichts sagt, dann nur deshalb, weil es wirklich völlig bedeutungslos ist. Das können Sie mir glauben. Ich möchte Ihnen ja auch gern glauben. Aber wenn es wirklich so bedeutungslos ist, warum wollten Sie es dann von mir verheimlichen? Versuchen Sie doch, mich zu verstehen. Diese Tragödie droht das Leben meiner Tochter zu zerstören. Sie hat doch mit der ganzen Angelegenheit überhaupt nichts zu tun. Und jetzt... Das ändert aber nichts daran, dass Ihre Tochter zur Mordzeit... Robert und Sie waren am Morgen nach einem kleinen Streit auseinandergegangen. Eine Meinungsverschiedenheit, wie sie in den besten Ehen vorkommt. Den ganzen Tag hat sie das bedrückt und am Abend, dem Heimweg von der Oper, wollte sie unbedingt noch mal in die Zeitung, um sich zu versöhnen. Sie sehen, es ist einfach ein unglückliches Zusammentreffen. Und nun lassen Sie mich bitte arbeiten. Herr Direktor, kann ich Sie sprechen? Diesmal bin ich's. Ich komme zu Ihnen, weil da noch etwas ist, das mich stört. So? Sie haben doch meine Mitarbeiter gesagt, Sie werden gleich wieder von oben runtergekommen. Ja. Ja, eben. Also hätte die Telefonistin Sie doch sehen müssen. Ach, wissen Sie, manchmal geht ja auch etwas vor Mitternacht. Sie behauptet nein. Tja, was soll ich dazu sagen? Ist doch ganz egal. Da ich wieder runtergekommen bin, bevor Madame Fontaine gegangen ist, kommt es ja auf die Minute gar nicht an. Erlauben Sie, da bin ich ganz anderer Ansicht. Während der letzten Viertelstunde vor dem Mord zählt für mich jede einzelne Minute. Also was haben Sie darum gehört? Na schön. Aber ich will keinen Ärger haben, verstehen Sie? Ich gebe es ja zu. Als ich hörte, wie Sie sich anbrüllten, habe ich gehorcht an der Tür. Aha. Ich komme an die Tür und... Ist das dein letztes Wort? Allerletz. Na schön. Warum gibst du nicht nach? Glaubst du vielleicht, ich wüsste immer noch nicht Bescheid? Du hast mich nie geliebt. Ich hätte dumm, hässlich und 20 Jahre älter sein können. Du hättest mich trotzdem geheiratet. Nur eins hätte ich nicht sein dürfen. Arm und ohne Einfluss. Na und? Du wirst jetzt Chefredakteur. Du hast erreicht, was du wolltest. Warum weigerst du dich dann, dich scheiden zu lassen? Was willst du noch? Ich habe eben meine Prinzipien. Du Heuchler, das kannst du meinem Vater erzählen. Dem imponiert sowas. Ich kenne dich. Robert, lass uns doch vernünftig bleiben. Warum etwas fortsetzen, was für uns beide nur noch lästig ist? Das ist doch kein Leben, geschweige denn ein Eheleben. Und erzähl mir nicht, dass du glücklich bist. Vollkommen glücklich. Aber ich nicht, hörst du? Ich will mein Leben nicht verklempeln. Ich will nicht. Robert. Ja? So sehr kannst du mich doch nicht hassen. Warum kann ich nicht woanders suchen, was du mir nicht gibst? Suche. Und vor allem finde, liebste Freundin. Finde. Ja. Sie gehen ja, es ist in Ordnung. Na, freuen Sie schön. Ich liebe Dietier. Was ist los, Dietier? Ich liebe Dietier. Dietier Legrand? Ja. Oh, was ist denn daran so komisch? Na, nein, du bist sicher ein idealer Liebhaber. Er ist nicht mein Liebhaber. Nein? Na nun. Los, los, geniert euch nicht. Oder soll ich vielleicht die Kerze halten? Du bist wie immer von einer Gemeinheit. Wir wollen heiraten. Was heiraten? Wozu denn das? Ich sage dir doch, es stört mich nicht. Und, Sarah, stell dir das vor. Kann ich nicht verstehen. Hast du Angst, dass dein Vater es erfährt? Dann brauchst du keine Angst zu haben. Das Geheimnis bleibt unter uns. Hör auf, ich sag dir, hör auf! Na wirklich, ich kann nicht sehen, was euch hindern sollte. Ach so, ja, natürlich. Das hätte ich vergessen. Du bist ja eine Dame mit Grundsätzen. Und so eine Dame betrügt ja ihren Mann nicht. Ich hätte keinerlei Skrupel, dich zu betrügen. Gar keine. Dann verstehe ich aber überhaupt nicht, warum du... Was, Didier? Er will mich als seine Frau, nicht als seine Geliebte. Nein. Nein, das ist das Gratste. Monsieur Le Grand zehrt sich wie eine Jungfrau. Er verweigert sich. Nur mit dem goldenen Ring geht's ins Körbchen, was? Das könnte euch so passen. Für so blöd wirst du mich doch nicht halten, oder? Ich weiß genau, worauf er hinaus will. Na, na, mein Kind, wenn du hier eine Chance gehabt hast, meine Einwilligung zu bekommen. Und ich danke dir, dass du mich gewarnt hast. Du hast sie leider verspielt. Ein für allemal. Ist das dein letztes Wort? Ja, ist mein letztes. Übrigens, wenn dir damit gedient sein sollte, ich kann dir die Adresse von einem kleinen, diskreten Hotel geben. Du Schwein! Hotel Oswald. Sag einmal der Prä. intromiert. Untertitelung des ZDF, 2020 Herr Nietzsche, wenn man nach Nietzsche fliegt, dann muss man doch nicht mal seinen Mann umgebracht haben. Das habe ich auch gar nicht gesagt, nicht einmal gedacht, meine Damen. Mich interessiert nur, warum Sie ausgerechnet heute Paris verlassen wollten, zwei Tage nach dem Tode Ihres Mannes. Ich will der heuchelnden Verwandtschaft keine trauernde Witwe vorspielen. Die Beziehungen zwischen meinem Mann und mir waren auf einem absoluten Nullpunkt. Sehen Sie, genau das hat uns Ihr Vater ganz anders erzählt. Mein Vater konnte Ihnen nur erzählen, was er von mir hörte. Ja, und jetzt höre ich. Können wir das nicht woanders besprechen? Gerne. Verzeihung, sind Sie wir? Was bin ich? Oh, Verzeihung, Madame. Und der Herr gerade ist... Zu Madame. Wie ich schon sagte, als ich die Oper in der Pause verließ, sagte ich, mich hätte Kopfschmerzen. Als er dann später merkte, dass ich nicht direkt nach Haus gefahren bin, da habe ich ihm einfach irgendetwas erzählt. Was wünschen Sie mich hier? Ach bitte, geben Sie mir in den Bergen, ja? Was mir gerade eingefallen ist. Ja, nur leider sagten Sie nicht die Wahrheit. Hätte ja auch gar keinen Sinn gehabt. Mein Vater hätte einer Scheidung nie zugestimmt. Deshalb wollte ich die Initiative, meinen Mann zu schieben. Er sollte die Scheidung verlassen. Naja, das Problem ist ja jetzt gelöst. Ich danke Ihnen. Aber sagen Sie, Sie gaben Ihren Mann... Sie gaben Ihren Mann noch eine Urfeige. Was geschah danach? Nichts. Nichts? Nein, ich bin nach Haus gefahren. Die VT wartet auf mich. Ach, Monsieur Legrand war auch... Unten im Wagen. Er fuhr mich nach Hause. Als ich die Wohnung betrat, da fuhr ich... Naja, jetzt kann ich Ihnen das ja sagen. Das war wie eine Erlösung für mich, als ich später erfuhr, dass Robert nicht Selbstmord begangen hätte. Ein Leben lang zu denken, er hätte vielleicht meine Träume. Naja, das verstehe ich ja alles. Aber was sagte Monsieur Legrand, als er das von Ihnen erfuhr? Ist ich ein Kommissar Bernhard? Ja, Sie werden es nicht glauben. Entschuldigen Sie bitte. Danke. Bernhard? Ja, Sie ist hier. Ja, natürlich komme ich mit. Es tut mir schrecklich leid, aber Sie können jetzt nicht fliegen. Sie müssen sofort zurück in die Redaktion. Mein Vater? Ja, der Herzanfall. Nein, Madame. Nichts. Nein, ich kann nicht lauter sprechen. Wenn man das entgegenmacht, dann ist tot nicht tot. Ich habe ihn gefunden, meinen Angeschossenen. Albert Cross mit einer 7,65er im linken Arm. Ihr Misstrauen ehrt mich, Chef. Ich komme gerade vom Labor. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ich bitte nochmals um Entschuldigung, Madame. Sie wollen jetzt nicht allein sein. Erst Robert und jetzt mein Vater. Ich kann das alles nicht verstehen. Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung. Doktor, Sie kümmern sich um Madame Fontaine. Albert Cross, sagt Ihnen das was? Ach, Sie meinen den Zeichner, den... Expressiven Realisten. Ja, aber hieß der nicht... George, ja. Aber ich suche einen Albert. Und warum das? Sagten Sie Gross? Ja. Ich kenne einen. Aber es sollte mich wundern, wenn Sie den suchen. Und warum? Er sitzt im Knast. Erzählen Sie doch mal. Okay, ja, willkommen. Los, Kinder, Sitzung. Wir machen einen Sondernachflug. Entschuldigen Sie, Herr Kommissar. Aber es kommt ja schließlich alle Tage vor, dass beide Chefs plötzlich und unerwartet von hinten ziehen. Einen kleinen Moment noch, ja. Wo haben Sie denn diesen Gross kennengelernt? In Bordeaux, als ich noch Fahrer war. Er hatte eine Zeitungsagentur, die mit zu meinem Bezirk gehörte. Aber ich sage es noch mal, ich bin ganz sicher, das kann nicht der Mann sein, den Sie suchen. Und Sie müssen nicht zur Sitzung? Ach ja, Sie sind ja der Polizeireporter. Na ja, ich gehe schon. Ich erinnere mich jetzt genau, er wurde damals verurteilt zu fünf Jahren. Und warum? Er hatte eine kleine Druckerei und versuchte eine Lokalzeitung aufzuziehen. Damit ist er baden gegangen. Das Gericht nannte er es damals betrügerischer Bankrott. Können Sie mir den Mann bestreiten? Können Sie bitte zur Sitzung? Wissen Sie, da war eigentlich nichts Besonderes, außer dass er auf einem Auge blind war. Der war auf einem Auge blind? Ja. Hatte er in seiner Brille ein Milchglas? Stimmt. Warum, äh, ist das wichtig? Mhm. Sind Sie jetzt endlich fertig? Es wäre nämlich gut, wenn Sie antworten würden. Witzbold. Sie wiederholen sich, Schwester. Zehn Minuten und keine Minute länger. Aha. Sie haben doch bei Ihrer Einlieferung gesagt, dass es bei den alten Hallen war, wo man Sie angeschossen hat. Ja. Unten bei den alten Hallen. Aber ich bin ganz sicher, der Täter hat mich verwechselt. So, da sind Sie ganz sicher. Ja, ich kenne doch niemanden in Paris. Aber ich kenne die Pistole, mit der man auf Sie geschossen hat. So? Man hat es in der Hand von Robert Fontaine entdeckt. Das ist eine Überraschung, was? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er es war. Aber ich bitte Sie. Er stand doch genau vor Ihnen, als Sie ihn umgelegt haben. Ich ihn umgelegt? Ja, direkt von vorn. Wieso? Ist er tot? Aha. Eine Kugel mitten ins Herz. Oder haben Sie angenommen, Sie hätten daneben geschossen? Ich was? Was soll das heißen? Ich habe ja nicht mal gewusst, dass er tot ist. Das sagen Sie. Er hatte mir gesagt, ich sollte unten auf ihn warten. Im Foyer des Kinos, das habe ich getan. Und da hat einer auf mich geschossen. Im Kino? Ja, gegenüber dem Hinterausgang. Und was ist mit der zweiten Kugel? Ist die von alleine losgegangen, da oben? Die zweite Kugel? Ja, Fontaine hat zwei Kugeln abgeschossen. Die eine, die man dir aus deinem linken Arm herausgeholt hat. Und die andere, die sich in die Wand gebohrt hat. Im Redaktionssaal. Nicht so laut. Die Kranken nebenan brauchen Ruhe. Bin gleich wieder da. Na ja. Schon gut. Also, was ist? Selbst wenn ich Ihnen alles erzähle, Sie würden wir ja doch nicht glauben. Versuchen Sie es doch. Ja, ja, ich komme gerade aus dem Gefängnis. Ja, ja, 1966. Zu fünf Jahren verurteilt. In Bordeaux. Ach, Sie. Weiter. Ja. In Bordeaux habe ich Robert Fontaine kennengelernt. Er war der Redakteur bei einer kleinen Zeitung. Und ich besaß eine Druckerei. Ja, da hat er mich dann überredet, dass wir eine Zeitung rausbringen sollten. Nur eine kleine, natürlich. Erst wollte ich nicht so recht. Um sowas auf die Beine zu stellen, braucht man Geld. Viel Geld. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, kommen wir zur Sache. Ich bin ja dabei. Wir haben sie also gemacht, unsere Zeitung. Und ich war offiziell der Herausgeber. Er blieb im Hintergrund. Ich brauchte nur zu unterschreiben. Und ich unterschrieb. Vertrauensvoll. Alles, was er mir vorlegte. Und dann, eines Tages, wurde ich verhaftet. Erst da erfuhr ich, dass das Geld unserer Aktionäre futsch war. Alle hat er ja reingelegt. Alle. Und in meinem Namen. Mir kommen die Tränen. Und Sie, kaum aus der Haft heraus. Auf nach Paris, um sich zu revanchieren. Ja, ich... Ich wollte Ihnen sprechen. Erst hat er sich gedrückt, aber... Dann bestellte er mich für Montagnachmittag um vier Uhr in einem Restaurant. Ich muss entschuldigen, aber kein Parkplatz weit im Streit. Immer dasselbe Lied. Danke, Chef. Sag, äh, hast du was bestellt? Ich hab' dich doch nicht zu lange warten lassen, ne? Fünf Jahre. Ja, ja, ich weiß. Da bist du also. Gesund und munter. Na klar, warum auch nicht? Von diesem Augenblick hab' ich geträumt, dass du da sitzt vor mir. Und dass ich dich packen werde. Na, 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 komm. Aber jetzt, wo es soweit ist, hab' ich keine Lust mehr. Ich will mir die Finger nicht dreckig machen. Hör mal zu, äh, Albert, ne? Warum hast du mich eigentlich ganz allein reinflittern lassen? Wir hatten doch keine Chance. Was hat es dir genützt, wenn wir beide gesessen hätten? Aber dir hat es genützt, dass du nicht gesessen hast. Ich sehe. Glaubst du doch nicht, ich hätte dich vergessen? Nein, ich hab' immer an dich gedacht. Ja. Ich hab' auf den Augenblick gewartet, dass du wieder draußen sein wirst. Ja, okay. Äh, für mich ein Bier, was trinkst du? Ah, warte, ich erinnere mich an Pernod, nicht? Nein. Ja, nichts, danke, nichts. Von dir nichts. Aha. Na ja. Dann, äh, sieh dir das doch bitte mal an. Das ist ein Scheck. Mhm. Über Hunderttausend? Als Starthilfe? Alles, was du willst, ist nicht loszuwerden. Ach, ach, ach. Ich habe auch für dich gearbeitet. Jeden Monat. Eigentlich immer, wenn Geld einkam. Ich hab' die Hälfte davon auf die Seite gelegt. Das Rücklage für meinen Freund Albert. Siehst du? Dieses Geld gehört jetzt dir. Das hast du getan. Du siehst. Hunderttausend. Macht dir das keine Freude? Was ich durchgemacht habe, ist nicht mit Geld wieder gut zu machen. Ja, das verstehe ich schon, natürlich, aber... Ja, gib schon her. Ich habe keinen Menschen mehr und ich bin vorbestraft. Weißt du überhaupt, was das heißt? Augenblick, du musst mir zuerst noch ein Papier unterschreiben. Mit Füttung? Ja, so könnte man es auch nennen. Bitte. Schreibe, ich unterzeichneter Großalbert. Bestätige hiermit... In der Bank? Nein, nein, bestätige hiermit, dass ich... Dass ich was? Dass ich der Alleinschuldige bin an den Betrügerischen Bankrott. Was ist denn das? Na, ist doch klar, oder? Das ist eine Verlangs von mir, dass ich... Aber einfach, das ist doch immer eine Formsache. Du hast für alles bezahlt, du bist frei und der Fall ist erledigt. Was ist denn, ich soll dir jetzt auch noch schriftlich geben, dass du mich... Nein. Tja, mein Lieber, entweder du schreibst oder ich zerreiße den Scheck. Und was ist, wenn ich jetzt aufstehe und dir ganz laut rausschreie, dass du entschreiben willst? Dann wird man dich ansperren. Es gibt keinen Beweis gegen mich. Und zweimal im Prozess sind gleicher Sache. Nun? Nimmst du ihn? Ja oder nein? Aller... Einhunderttausend. Betrügerischen Bankrott, meiner Zeitung der Bote von Bordeaux. Ja, danke. Und den verschiedenen Betrügereien, die dazu geführt haben. Sie wünschen bitte? Ein Pernod. Das ist alles. Tertum? 13. Dezember 65. Ist denn der Tag, an dem ich verhaftet wurde? Ja, natürlich. Der 13. Dezember 65. Das ist schon richtig. Danke. Hier ist dein Scheck. Das ist ja nicht unterschrieben. Ach, entschuldige. Das ist natürlich... Wo man manchmal seine Gedanken hat. Bitte. Auf deine Freiheit, Herbert. Deine Gesundheit. Das ist vorläufig alles, was ich aus Ihnen rausholen konnte. Und in einer halben Stunde kommt er zum Lokalter. Was sagen denn die Ärzte dazu? Die Schwester hat ganz schön protestiert. Aber schließlich ist sie doch... Ihrem Charme erlegen. Ja, ja. Auf jeden Fall sorgen sie dafür, dass der Mann noch heute Nacht zurück ins Krankenhaus kommt. Was ist denn mit seinem Scheck? Hat er denn eingelöst? Nein. Warum nicht? Da. Schauen Sie sich das mal an. Fällt dir nichts auf, Chef? Aber Chef, das erkennen Sie nicht mit bloßem Auge. Monsieur Fontaine nannte sich auf den ausdrücklichen Wunsch einer einzelnen Dame, Fontaine Marcel, bei allen rechtsverbindlichen Unterschriften, besonders bei der Bank. So wollte ihn die reizende Dame immer wieder daran erinnern, dass er eigentlich jeden Franc ihr, richtiger, der Heirat mit ihr zu verdanken hätte. Compris, Chef? Ja, natürlich. Ich bin ja nicht blöd. Aber vielleicht blind. Denn auf den ersten Blick haben Sie es nicht erkannt. Unser feiner Herr hat nämlich nur mit Fontaine unterschrieben und sich den Marcel geschenkt. Erst als ich ihn bei der Bank vorlegte, hat man mir das gesagt. Und da wurde Ihnen klar, dass er Sie überfahren hat? Nein, nein. Ich dachte, er hätte das vergessen, was er mir auch selbst gesagt hat. Ich habe sofort in der Redaktion angerufen, als ich aus der Bank kam. Um wie viel Uhr war das? Ungefähr Viertel nach neun. In der Redaktion? Ja. Augenblick. Die Redakteure kommen selten vor halb elf. Auf jeden Fall nicht um neun Uhr morgen. Er war aber da. Na, das lässt sich ja leicht feststellen. Roger soll Madame Fontaine anrufen. Sablon 0053. Ja, von der Redaktion war. Erst war irgendeine Stimme am Apparat, dann habe ich Fontaine vermittelt. Ich musste ein bisschen warten, dann hat man mich verbrannt. Und was hat er Ihnen dann gesagt am Telefon? Hallo, Vermittlung? Versuchen Sie weiter. Sablon 0053. Er hat ganz offen gesagt, dass das sei so ein Spleen seiner Frau. Und das haben Sie ihm geglaubt? Warum nicht? Weiter. Äh, dann hat er gesagt, ich soll in die Redaktion kommen, so gegen Mitternacht. Er wollte mir dann einen neuen Scheck geben. Und um Mitternacht sind Sie dann in die Redaktion gekommen? Versuchen Sie das weiter. Nein, ich bin nicht draufgegangen. Er hatte mir gesagt, ich sollte im Kino gegenüber auf ihn warten. Und da habe ich auf ihn gewartet. Und dann hat einer auf ihn geschossen. Warum denn das Märchen mit den Hallen? Was sollte ich denn sagen, was ich da drüben im Kino zu suchen hatte? Vielleicht mal ausnahmsweise die Wahrheit. Dass ich im Kino auf einen Scheck von über 100.000 Frauen warte? Auch Monsieur Fontaine hätte das doch sicher bestätigt. Wenn er es nun war, der mich umlegen wollte. Und wenn du es nun warst, der ihn ermordet hat, soll ich dir mal erzählen, wie sich das abgespielt hat? Ich habe da drüben im Foyer auf ihn gewartet. Na schön, sehen wir uns das mal an. Natürlich. Wozu haben wir einen Lokaltermin? Nicht wahr, Chef? Also, du hast im Cinema zentral auf ihn gewartet? Ja, ich habe im Zentral auf ihn gewartet. Es hat sich niemand gesehen, weil die vorstellt. Du gehst rauf. Nein, jetzt rede ich. Du gehst rauf und Fontaine lacht ich aus. Was? Noch ein Scheck? Wozu auch? Er hat doch alles, was er braucht. Dein Geständnis und deine Unterschrift. Er hat dich betrogen und das zum zweiten Mal. Da setzt es bei dir aus. Ich verstehe das mit. Das ist genauso gegangen. Du drehst durch, bist du niederschlagen. Hoppla, er zieht seine Pistole. Ein Schuss, er verfehlt dich. Der zweite trifft. Du kannst gerade noch deine Pistole ziehen. Du schießt und er ist tot. Ich habe hier im Foyer auf ihn gewartet und da hat man auf mich geschossen. Wer weiß ich nicht. Und die zweite Kugel? Was ist mit der zweiten Kugel, die man in der Wand gefunden hat? Herr Kommissar? Ja. Wir haben Madame Fontaine erreicht. Sie ist gerade eben nach Hause gekommen. Sie sagt, dass ihr Mann am Dienstagmorgen wie gewöhnlich gegen elf Uhr in die Redaktion gegangen sei. Und sie will wissen, warum wir das fragen. Ja, gut, danke. Hast du gehört? Wie gewöhnlich. Um elf Uhr hat er seine Wohnung verlassen. Und nun erkläre du uns bitte, wie er zwei Stunden vorher in der Zeitung sein kann und sich bei deinem Anruf meldet. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Aber ich, ich verstehe das. Und zwar sehr gut, dass du es nämlich angelogen hast. Und das von A bis Z. Er hat gesagt, ich soll hier im Foyer auf ihn warten. Ich habe hier auf ihn gewartet, da hat man auf mich geschossen. Das ist die Wahrheit. Du bleibst also dabei. Das ist die Wahrheit. Ich bleibe dabei. Herr Kommissar, Sie müssen Schluss machen. Ich kann auf keinen Fall zulassen, dass der Patient in dieser Form... Ja, gut. Jeannot, Sie begleiten die junge Dame und ich meine damit, Sie tun, was die Schwester will. Auf jeden Fall werden wir einen von unseren Leuten vor seinem Zimmer postieren. Warum haben Sie mich dabei so angeguckt, Herr? Ich habe Sie nicht angesehen, lieber Jeannot. Wir beide werden jetzt ganz von vorn beginnen und jedes einzelne Alibi überprüfen. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Tag, Madame. Vertreter empfange ich nur zwischen 10 und 11 Uhr morgens. Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Bei Ihnen arbeitet eine gewisse Mademoiselle Sylvie. Ja, Sylvie de Troyes. Ich hätte Sie gern gesprochen. Mein Gott, was hat Sie angestellt? Würden Sie bitte rufen? Ja, natürlich. Sylvie! Monsieur? Mademoiselle, entschuldigen Sie bitte, wenn ich störe und mit der Tür ins Haus falle. Wo waren Sie vorgestern zwischen zwölf und halb ein Uhr nachts? Vorgestern? Ja, der Tag interessiert mich nicht. Zwischen zwölf und halb ein Uhr nachts. Eine pikante Frage, ich zugegeben. Aber sie will beantwortet sein. Nun ja, ich... Madame, Sie haben doch sicher Kundschaft. Würden Sie uns bitte in Aubi der Leiter? Ach so, natürlich. Bitte, bitte, ich gehe schon. Also, ich glaube, wir sind hier ungestört. Endlich. Ich war den Abend mit meinem Freund zusammen. Mhm. Den Abend und die Nacht. Ja. Ich war um zehn Uhr bei ihm und bin jetzt wieder gegangen. Wann? Um sieben Uhr morgens. Ihr Freund ist zu beneiden. Wie heißt er denn? Didier. Didier Legrand. Monsieur Legrand. Ja, bitte sehr. Ich glaube, ich brauche nichts vorzustellen. In Ihrer Aussage haben Sie behauptet, dass Sie am Abend des Mordes mit Mademoiselle Sylvie zusammen waren. Ist das richtig? Ja. Danke. Gut. Und wo waren Sie wirklich? Ich war... Wann zögern Sie? Ich zögere mich. Sie haben auch keinen Grund zu zögern. Mademoiselle Sylvie hat Ihre Aussage bestätigt. Tja, dann weiß ich gar nicht, was ich hier soll. Sie sollten die Aussage von Madame Fontaine bestätigen, dass sie am fraglichen Abend mit Ihnen zusammen war. Na, was ist das? Das tut mir nicht, Sylvie, aber ich muss reden. Jawohl, ich war mit Madame Fontaine zusammen. Aber du hast mir doch ausdrücklich gesagt... Ja, das war sehr nett von dir, Sylvie, danke, aber jetzt kann ich nicht anders. Äh, Mademoiselle, würden Sie bitte mit mir kommen? Ich habe nur an eins gedacht, Madame Fontaine durfte nicht kompromittiert werden. Ich meine, Ihr Ruf. Und wenn ich gelogen habe, so eigentlich nur aus... Aus Taktgefühl. Ja. Und Sie wollten sich auch heiraten, ebenfalls aus Taktgefühl. Und gleichzeitig wollten Sie der Liebhaber von Mademoiselle Sylvie bleiben. Auch aus Taktgefühl, versteht sich. Ach, ich wusste ja selber nicht mal er noch aus. Ja, Sie waren aus dem Takt gekommen, ich verstehe das. Ja, bitte? Die 7.56, aha. Und er hat einen Waffenschein. Gut, danke. Also fassen wir zusammen. Am Dienstagabend hatte Madame Fontaine angeblich Kopfschmerzen und verließ die Oper gegen 22 Uhr, um sich mit Ihnen zu treffen, nehme ich an. Ja, Sie war bei mir in das Stift. War das verabredet? Nein. Warum kamen Sie dann? Sie war fix und fertig, seit Wochen versuchte sie, ihren Mann zu überreden. Dass er in die Scheidung einwilligte. Jetzt kamen Sie und wollte, dass ich mich mit ihm ausspreche. Das konnte ich natürlich nicht als quasi sein Angestellter. Also beschlossen wir, dass sie es selbst noch einmal versuchen sollte. Wir fuhren hin zur Zeitung und ich warte dem Wagen auf Sie. Lange. Neun ungefähr zehn Minuten. Und hat Monsieur Fontaine in die Scheidung eingebemischt? Wie? Ja oder nein? Nein. Und dann hat Madame Fontaine darauf gedrängt, dass Sie selber in Aktion treten. Das hat keinen Zweck, Herr Kommissar. Ich habe an diesem Abend keinen Fuß in den Redaktionssaal gesetzt. Und am Morgen auch nicht? Wieso am Morgen? Gegen Viertel nach neun zum Beispiel. Nein, warum? Wessen um diese Stunde in der Zeitung? Niemand. Die Putzhorn gehen kurz vor neun und die Telefonistinnen und Sekretärin kommen erst um zehn. Ich würde sogar sagen, es sind wenige Augenblicke am Tage, wo tatsächlich niemand da ist. Aber warum fragen Sie mich das? Nur so. Mein Vater ist tot. Das war der offizielle Teil. Lassen Sie uns nun zum gemütlichen Übergehen. Ich meine zum privaten... Braucht ihm alles seine Zeit? Mensch, zumindest. Ach so. Nein, Sie habe ich nicht gemeint. Ach so. Bei der Arbeit nehme ich. Ich kann nicht leiden, wenn man mich drängelt. Ja, das verstehe ich. Das geht mir ganz genauso. Sie warten auf mich? Ja. Entschuldigen Sie die Sitzung. Ja, ich weiß. Na, sind Sie endlich fertig? Kein Saftenerleitung. Ich gehe mal zum Sicherungskasten. Braucht ihm alles seine Zeit? Nicht wahr? Kennen Sie diese Pistole? Das ist eine 765er. Und was noch? Was weiß ich? Vermutlich die von Monsieur Fontaine. Sie wurde in seiner Hand gefunden. Das ist richtig. Und was lesen Sie hier für eine Nummer? 9043. Das ist auch richtig. Und für diese 9043 wurde am 15. April 1955 ein Waffenschein ausgestellt. auf den Namen. Na, was meinen Sie? Lassen wir das Theater. Ja, sie gehört mir. Das ist alles nicht sehr aufregend. Fontaine hatte mich gebeten, ihm das Ding zu borgen. Und ich tat ihm den Gefallen. Wann? Dienstag. Also am Tag, als der Mord geschah. Ja. Er hatte mich mittags drum gebeten. Ich hatte ihn natürlich nicht bei mir. Ich habe ihn immer in meinem Wagen. Ach, Sie sausen mit einer Pistole im Auto rum. Wirklich? Ich habe einen Waffenschein. Der abgelaufen ist. Aber was wichtiger ist, Sie haben ihm das Ding mittags gegeben. Nein, nein, nein. Mittags hatte er mich drum gebeten. Er hat gesagt, wenn er Dienst hat, ganz allein hier oben, da fühlt er sich nicht sicher. Naja, und dann abends, also kurz vor Mitternacht, da hat er mich in der Setzerei angerufen und mich an die Pistole erinnert. Da habe ich Sie aus meinem Wagen geholt und Sie mit den Seitenfahnen durch die Röhre hochgeschickt. Durch was? Durch die kleinen Fasshunde da. Ja, hier. Also Sie sehen, nichts Geheimnisvolles. Naja, vielleicht nichts Geheimnisvolles, aber noch einige Punkte, die zu klären sind. Vor allem, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Naja, zuerst als es hieß, er hätte sich selbst umgebracht. Da hatte ich schon ein schlechtes Gewissen. Ein bisschen jedenfalls. Wir feiern den neuen Chef und wir. Naja, jetzt ist es ja ein Mord. Es ist eben nicht gut, wenn man eine Pistole besessen hat. Auch dann nicht, wenn man sich nichts vorzuwerfen hat. Ach, und Sie haben sich nichts vorzuwerfen. Nein, nicht, dass ich wüsste. Nun, dann weiß ich mehr. Sie haben doch den Toten entdeckt. Ja, stimmt. Sie waren also der Erste, der festgestellt hat, dass Fontaine tot ist. Ja. Und? Nun, der Erste, der ihn tot gesehen hat, könnte ja auch der Letzte sein, der im Leben begegnet ist. Was? Sie hatten genau wie jeder andere die Möglichkeit, ihn umzubringen. Na ja, natürlich, aber ich hatte doch gar kein Motiv, das zu tun. Wer weiß. Zum Beispiel, Fontaine sollte Chefredakteur werden. Das kann zu Personalveränderungen führen. Vielleicht hat er vor, einige Mitarbeiter zu entlassen. Ach so. Was das betrifft, da kann ich Sie beruhigen. Wenn einer hier geblieben wäre, dann bin ich es. Warum? Na ja, er mochte mich. Und vor allem, Sie kannten Albert Gross. Sie waren 1965 Zeitungsfahrer in Bordeaux. Also waren Sie über die Geschichte damals ausgezeichnet informiert. Ja. Sicher. Natürlich habe ich mich in Erinnerung gebracht, dass er die Tochter von Marcel heiratete. Er legte schließlich keinen großen Wert darauf, dass sein Schwiegervater davon erfuhr, von da an mochte er mich besonders. Nahm mich in die Druckerei, in die Redaktion, wies mir kleine Gefälligkeiten. Wenn ich Geld brauchte, dann borg das mir. Vergaß gern, dass er es mir geborgt hatte. Mit anderen Worten, Sie erpressten ihn. Nennen Sie es, wie Sie es wollen. Aber für wie blöd halten Sie mich? Dass ich eigenhändig die Henne töte, die die goldenen Eier legt? Es sei denn, die Henne mit den goldenen Eiern hätte sich entschlossen, nicht mehr zu legen. Was ist das? Das Papierchen, das Grossi ihm am Tag vorher noch unterschrieben hatte. Wir haben es in seiner Brieftasche gefunden. Hm. Tatsächlich. Das hat er getan. Ich muss schon sagen, eine Brust hatte der Junge. Hallo, Chef. Wie ist denn? Ich habe eine Überraschung für Sie. Und ich verspreche Ihnen, Sie werden staunen. Es braucht eben alles seine Zeit, meine Herren. Ich hätte mir gedacht, dass Sie Sie ein bisschen früher würden. Ja, die Herren von der Polizei. Ich habe die Pistole hier gefunden, wie ich den Kasten aufmache, um die Sicherung auszuwechseln. Da. Schauen Sie sich das mal an. Das ist ja interessant. Das versprach ich mir ja. Das ist wirklich interessant. Und das da ist eine 9 Millimeter. Ja, das sehe ich. Das ist ganz klar. Mit dieser Waffe wurde Fontaine erschossen. Aber Wulder tut mir nur eins. Warum der Mörder die Waffe sogar am Tag dort versteckt hat? Was weiß ich? Zeitmangel wahrscheinlich. Aber er hätte doch wenigstens das Foto vernichten können. Apropos das Foto. Ach, Monsieur Schumann, würden Sie bitte mal kommen. Entschuldigen Sie. Und Sie hängen das Bild, bitte dahin, wo es war. Sagen Sie mal, woher wissen Sie denn, dass es da war? Genau da. Sieht man so. Hier, die Ecke, die an dem Reißnagel hängen geblieben ist. Na ja, er hat recht. Genau da hing es. Aha. Und nun endlich erfahren wir, warum dieses Foto so gefährlich war für den Täter. Ja, starten Sie. Eure Migenüks. Da, sehen Sie. Tja, natürlich. Für mich ist der Fall klar. Und für Sie? Nun, meine Damen und Herren, für unseren Kommissar ist der Fall klar. Aber was sagen unsere Amateurdetektive, Richtiger, was schreiben Sie? Ruschke von Hanstein, ist das eine Rallye? Ja, ich komme ja wirklich nicht wie auf der Rennbahn vor, sondern wie in einer Rallye und zwar in Griechenland oder Jugoslawien oder irgendwo, wo ich nicht mal die Straßenschilder sehen kann und nicht weiß, wo rechts und links ist und wo es hingeht. Aber ich weiß aus Ihrer Biografie, dass Sie damals oft Sieger geblieben sind und ich kann mir vorstellen, trotz der vernebelten Straßenschilder, dieses Bild ist wunderschön, trotz der vernebelten Straßenschilder führen es Sie zum Ziel. Lieselotte, Sie sind beim Schreiben... Oh, Frau Pulver hat sich schon festgelegt, aber ich werde mich hüten und Ihnen nichts verraten. Lieselotte, darf ich eben fragen, was Sie in Hamburg zurzeit drehen? Ich mache hier gerade mit meinem Mann eine Serie fertig, deren Titel noch nicht ganz feststeht, wahrscheinlich Waldorfer Geschichten mit Rolf Hedrich als Regisseur. Aber in jedem Fall genügt die Tatsache, dass Sie spielen, um die Zuschauer an den Kanal zu locken, der dieses Fernsehspiel ausstrahlt. Und Peter Kreuder, oh, das sieht fast aus wie ein Libretto, fehlen nur noch die Noten und ein neues Musical von Peter Kreuder ist geboren. Ja, das ist aber noch sehr bunt. Müssen wir das auf dem Klavier spielen oder kann ich es nachher vorlesen? Das können Sie nachher... Nein, bitte nicht. Ich habe das Gefühl, es ist noch alles drin bei unseren Dreiratern. Hier bei Ihnen zu Hause wird es ähnlich sein, daher aber wie immer in den Pausen, in den Pausen zum Nachdenken, zum Diskutieren, keine Pause. Billy Moe und die Wallendras spielen Mack the Knife. Musik 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 Applaus 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 Danke schön, Billy Mo. Ich glaube, wir sind in der richtigen Stimmung jetzt. Mackie Messer hat uns inspiriert und ich glaube, verehrte gnädige Frau, wir sollten einfach dem Sportler unter uns. Sind Sie eigentlich noch aktiv, Fuschke? Nein, eigentlich habe ich vor fünf Jahren aufgehört, nachdem ich meinen letzten Weltrekorde gefahren habe. Aber in diesem Jahr, Sie werden lachen, werde ich nach Monte Carlo fahren, nach der Rallye Monte Carlo, weil dort gibt es eine Sonderwertung für 100-Jährige. Müssen Sie aber noch mindestens 70 Jahre älter werden? Nein, das Team muss 100 Jahre sein. Ach so, das Team muss 100 Jahre sein. Da haben wir eine nette Mannschaft zusammen, mit dem Fürsten Metternich, Peter Max Müller, der alte Seekräger und ich, und wir fahren alle auf dem neuesten deutschen Auto, auf dem K70, fahren wir nach Monte Carlo und wollen die alten Herren nochmal zeigen, dass wir nicht nur am Sport am grünen Tisch was verstehen, sondern es in der Praxis auch können. Wir drücken den Daumen und da Sie uns das gute Stichwort gegeben haben mit dem netten Team, das beisammen ist. So nett wie unser Team heute Abend kann es fast sein. Ich frage, was Fuschke von Hanstein als Amateurdetektiv geleistet hat und ich darf vorlesen. Er meint, die Telefonistin hat gelogen, denn jemand muss hinauf zu ihr oder hinuntergegangen sein. Gross als Täter fällt daher aus. Der Metteur Janü hatte kein Motiv, ebenso wenig der Polizeireporter. Täter ist Didier Legrin, genannt Didi. Unser Freund Didi, Sie sehen ihn auch hinter uns. Täter ist Didier Legrin. Motiv, er will die Denise für sich und die Position in der Zeitung. Ich glaube, dass es einen kräftigen Applaus wird. Damit aber, meine Damen und Herren, habe ich nicht gesagt, dass das richtig ist, verehrter Herr von Hanstein. Das kann ein guter Holzweg sein. Das wiederum haben Sie gesagt, aber Sie haben ja einige Praxis in der Überwindung von Knüppelpfaden und ähnlich schikanösen Wegstrecken. Lilo, wir als schlichte Amateurfahrer haben da weniger Praxis. Wollen wir schauen, ob es mit der Amateurdetektivin besser geht. Diese Leute, Pulver, schreibt Didier, also Didi wieder, hat auf Fontänen gepulvert. Wie darf ich das? Gepulvert? Also, Didi hat auf Fontänen gepulvert. Vielen Dank für dieses nette Wortspiel. Beide sitzen im gleichen Wagen, würde ich einmal sagen. Denn beide Männer, die seine Ehe mit Heidi, mit Heidi Brühl, apropos Heidi Brühl, hat in sechs Tagen ihre Las Vegas Premiere. Toi, 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 Heidi. Also, beide Männer, die ihm im Wege standen, brachte er um. Erstens, um Sie zu heiraten. Zweitens, um Chefredakteur zu werden. Das ist ja eine Teamarbeit. Na, ist das ein Schlier, Max? Ja, ja, nicht da. Auf geschaut. Herr Plitter. Man wird daraus nicht tun. Das ist ein Konzept. Das ist ein Konzept. Fangen alle Ihre großen Schlager so an? Fast immer. Oder es ist nur eine Zeile da und dann stimmt es. Hier stimmt vieles nicht, als dass ich einfach nicht von Anfang an davon loskommen konnte. Also, diese Frau mit diesen kalten Augen, dieses böse Weib, die eine schlechte Verstellerin war, eine gute Schauspielerin. Ja, aber eine schlechte Verstellerin, wenn sie die Tür aufmachte und hinübersah zu dem Toten und zum Vater und dann kamen die berühmten Krokodilsträne, sie wollte alles. Sie wollte diese Burschen haben als ihre Verhältnisse und sie wollte vor allen Dingen das Haus in der Hand haben. Nachdem Vater tot war, ist sie die wirkliche Besitzerin und auch Schepfredakteurin geworden. Also, ich kann nur sagen, die Geschichte gefällt mir, Sie sollten sie unbedingt vertonen. Das ist aber ein trauriges Lied. Ja, vorerst haben wir ein sehr lustiges Musical von Ihnen zu erwarten, das heißt Evergreen. Genau so ist es. Und beinhaltet fast alle Ihre großen Schlager. Das muss ja sechs, sieben Stunden lang sein. Nein, das geht ja nicht. So lange darf es nicht dauern. Ich glaube auch, dass wir damit wieder eine ideale Überleitung haben, meine Damen und Herren. Wir sollten Sie und wir sollten Sie nicht länger auf die Folter spannen. Sie werden in etwa sechs Minuten entscheiden, ob Sie zu Hause den wahren Täter oder die richtige Täterin ermittelt haben. Sie sollen dann auch entscheiden, wem unserer Gäste hier die Siegespalme oder die Goldmedaille gebührt. Ich bedanke mich schon jetzt bei Ihnen ganz herzlich, dass Sie gekommen sind. Ich wünsche Ihnen glückliches Zu-Ende-Drehen. Ich wünsche Ihnen einen Riesenerfolg. Und ich wünsche Ihnen in Monte Carlo Hals- und Beinbruch. Und Ihnen und uns jetzt noch einmal Konzentration für die Auflösung. Wir rufen Kommissar Berner. Na, haben Sie es raus? Sehen Sie auf diesem Foto. Da liegt die Lösung, sieht man doch auf den ersten Blick. Doch, doch, sehen Sie mal genau hin. Noch immer nicht? Gut. Dann werde ich Ihnen noch zwei Fotos zeigen. Sie kennen sich ja schon. Nun sehen Sie sich Monsieur Fontaine einmal genau an. Mit welcher Hand wirft er die Kugel? Und in welcher Hand hält er den Löffel? Natürlich in der linken. Übrigens hatten Sie es diesmal etwas leichter als ich, weil Sie schon einmal bei einer anderen Gelegenheit darauf gestoßen wurden. Entsinnen Sie sich, als er den berühmten Schick unterzeichnete. Erinnern Sie sich? Kurz gesagt, Monsieur Wallings Hände. Und aus diesem Grunde, ja, aus diesem Grunde muss ich Ihnen noch ein Foto zeigen. Wir haben es heute Abend mit der Laterna Magica. Dieses Foto wurde vom Erkennungsdienst aufgenommen, bei den ersten Erhebungen. Und Sie selbst waren Augenzeuge. In welcher Hand hält er die Pistole? In der rechten. Na also, das ist der Beweis dafür, dass er sich nicht erschossen hat. Man hat ihm die Pistole in die rechte Hand gelegt. Ein Täuschungsmanöver des Mörders. Ja, ja, ich weiß. Sie werden jetzt sagen, aber die 765er-Kugel, die in die Wand eingedrungen ist, die muss doch jemand abgefeuert haben. Ja, der Mörder natürlich. Auch das gehörte zu seinem Trick. Und dafür gibt uns das berühmte Foto... Keine Sorge, es ist das letzte. Und dafür gibt uns das berühmte Foto, das er abgerissen hat, die Lösung. Hey, Janot! Ja, Chef. Nehmen Sie das Foto ab. Aha. Das da? Ja, ja. Was sehen Sie dahinter in der Wand? Da! Den Einschlag der Kugel. Folglich hätte Sie das Foto durchschlagen müssen. Nun stellen wir aber fest... Zeigen Sie es bitte. Wir stellen fest, dass es keinen Durchschuss aufweist. Das bedeutet, die Kugel ist abgefeuert worden, bevor das Foto an der Wand hing. Am Tage also. Und abgefeuert aus dieser 765, die Paul Schumann gehört. Der hat aber behauptet, dass er sich nicht vor Mitternacht von der Waffe getrennt hat. Schlussfolgerung? Na ja. Nur er kann es gewesen sein. Noch einmal im Einzelnen. Drehen wir zurück auf Montag, dem Tag vor dem Mord. Kurze Zeit nachdem Monsieur Fontaine, seinem alten Spezi, Albert Cross, im Restaurant das bewusste Papier abgelötigt hatte, um es sehr vornehm auszudrücken. Hier. Lies das mal. Nein. Mir brauche ich wohl nichts zu sagen, oder? Aus. Schluss. Du bist so freundlich und bittest zum Monatsende um deine Papiere. Es erspart mir nämlich, dich rauszuschmissen, klar? Das bedeutet für mich das Aus. Kein Job, kein Geld. Feierabend. Endgültig. Es blieb mir übrig. Meine frühere Arbeiter, diese Schinderei. Eben Wetter auf den Straßen, als Fahrer. Scheiß Spiel. Die ganze Nacht bin ich rumgelaufen, von Kneipe zu Kneipe. Hab mich vollgesoffen. Morgen war ich entschlossen. Ich bring ihn um. Ich wusste nur noch nicht wie, aber wusste, dass ich's tun musste. Und dann wollte ich nach Haus. Wenn ich mal das, brachte ich fertig. War wie von Sinnen. Ich fand mich plötzlich in der Zeitung wieder, morgens, ins Allein. Ja. Wen? Wer ist im Apparat? Worum handelt es Sie? Moment mal, bitte. Erinnern Sie sich? Viertel nach neun. Das war Gross, der anrief, als er aus der Bank kam. Gross, von dem Schumann wusste, dass er genügend Gründe hatte, um Fontaine zu hassen. Also, warum sich nicht seiner bedienen? Und nun beginnt in Schumann eine Idee zu reifen. Ich will nicht sagen, dass er sich gleich entschieden hat. Aber der Anfang war gemacht. Ja, hallo, hier ist Fontaine. Ja, was ist los? Aha, ja. Ja, natürlich, das ist ein Irrtum. Weißt du, der Name Marcel weckt nicht gerade die angenehmsten Erinnerungen in mir. Und da vergesse ich ihn manchmal. Ja, ja, natürlich. Ich komme heute in die Redaktion heute Abend. Ich gebe dir einen neuen. Oh, Mitternacht. Ja. Nein, hör mal, wenn es dir nichts ausmacht, warte lieber im Foyer vom Kino auf mich. Ja, gegenüber vom Hinterausgang. Ja, es ist mir lieber. Abgemacht. Bis heute Nacht. Bis heute Nacht. Er wusste, dass Fontaine in dieser Nacht allein im Redaktionssaal war. Und jetzt beginnt seine Inszenierung. Er holt zunächst seine 7,65 aus dem Bahn. Geht wieder nach oben und schießt eine Kugel in die Wand. Jawohl, Madame Tick hatte richtig gehört. Zwischen 9 und 10. Aha. Die Hülse. Nicht vergessen, die Hülse aufzuheben. Und jetzt die Fotos. Natürlich. Da hängt schon welche vom Betriebsausflug. Zwischen den anderen sieht das ganz natürlich aus. Jetzt braucht er sich nur noch eine zweite Pistole zu besorgen und bis Mitternacht zu warten. Nachdem Gäste nicht in der Zeit anerwartet. Nachdem Gäste nicht so genug ist. Frau, Spinschlein. Und jetzt ist die Kugel. Ich glaube, diese Wetter, nicht ganz offen zu leiten, wenn es zum Beispiel nicht so ist. Ich bin hier die Wetter. Ich bin hier nicht so wunderbar. Ich bin hier nicht einfach nur inifter. Da ist nicht so, wenn ihr auch dafür ausgesprochen. Dafür unserer Zwergung neugierst dann. Ich bin hier nicht so gut. Ich bin hier nicht so gut. Ich bin hier nicht so ein paarбы. Ich bin hier nicht so gut & vermeiden. Und dann wäre beinahe noch alles schiefgegangen. Etwas war in seinem Plan nicht einkalkuliert. Nämlich der Besuch von Madame Fontaine, die ihren Mann sprechen wollte. Aber nach 10 Minuten kann er aufatmen. Sie fährt ab und er geht mit seiner Waffe hinauf. Paul, was ist denn mit ihr? Nach 12.00 Uhr hat er den zweiten Abzug noch nicht gebracht. Verrückt, was soll das? Du sagst ja nicht. Du sagst ja nicht. Du sagst ja nicht. Paul! Nun muss alles ganz schnell gehen und nur nicht den Kopf verlieren. Zuerst die Pistole, die 765er, mit der er gerade auf Gross geschossen hat. Nicht den Kopf verlieren. Und gerade jetzt verliert er ihn. Denn er vergisst, dass Fontaine Linkshänder war. Erster Irrtum. Jetzt die Hülse. Gut, dass er daran gedacht hat. Ja, ungefähr dort. Und da haben wir es. Du hast ja eine vergessen. Die, die in der Durchfahrt liegen geblieben ist. Zweiter Irrtum. Und da haben wir es. Und da haben wir es. Na nun? Ja, es ist wahr. Das ist Gross auf dem Foto. Und das ist sein dritter Irrtum. Der, der verhängnisvoll wurde. Er glaubt nämlich, eine großartige Idee zu haben. Er will den Eindruck erwecken, als hätte der Mörder, also Gross, das Foto fortgenommen, weil es ihn verraten könnte. Aber er tut des Guten zu viel. Er stiehlt die Negative, was Gross unmöglich hätte tun können. Und er versteckt die Mordwaffe und das Foto im Sicherungskasten, von dessen Existenz Gross sicherlich nichts wusste. Ja, und schließlich lässt er noch eine Sicherung durchbrennen, damit die beiden Indizien im richtigen Augenblick dort entdeckt werden. Ja, ja. In neun von zehn Fällen ist allein die Übervorsicht schuld daran, dass die Mörder gefasst werden. Guten Abend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017